Spaghetti Bolognese ohne Fleisch? Das geht. Dafür brauchen wir natürlich Spaghetti, Öl, Zwiebeln, Sellerie, Karotten, Tomatenmark, passierte Tomaten, Gemüsebrühe und, ganz wichtig, rote Linsen. Und so wird's gemacht. Während die Nudeln und die Linsen kochen, die Zwiebeln in kleine Würfel schneiden, ebenso die Selleriestangen. Die Karotten schälen und würfeln. Dann etwas Öl in einen Topf geben, zuerst das geschnittene Gemüse darin anschwitzen und dann das Tomatenmark hinzugeben. Anschließend das Ganze mit Gemüsebrühe ablöschen, kurz köcheln lassen und mit passierten Tomaten verfeinern. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen und weiter köcheln lassen. Dann die vorgekochten Linsen hinzugeben. Sie ersetzen das Hackfleisch, liefern ebenfalls Eiweiß, haben aber weniger Fett. Und sie sorgen für das typische Bolognese-Gefühl im Mund. Das Ganze für weitere fünf Minuten köcheln lassen. Und fertig ist das vegetarische Bolognese-Gericht. Abgerundet wird es mit Basilikum und Parmesan-Käse.